Geiler Schuss! Scheiße, er hat jetzt nicht ausgesteckt. Ich hab den einen rausgesteckt und den anderen gleichzeitig rausgezogen. Scheiße, ist der dumm. Das war echt mein Habs. Ich wollte nur den Lampen rausstecken. Das war gerade, der Kai wollte echt den Lampen rausstecken. Wie heißt diese Sachen, wenn die anderen rauskriegen? Guten Tag! Ganz im Ernst? Hi Leute und herzlich willkommen bei mir bei FIFA TV. Ich hab heute mal wieder ein neues Video vor euch. Und mit dabei ist heute der Erik. Ja? Wie sieht's aus? Ihr kennt ihn noch nicht, aber... Ja, ihr kennt ihn noch nicht. Neuem Business, meine Freunde. Jetzt kennt ihr ihn. Und was machst du da? Ich verkack alles. Und zwar machen wir heute ein FIFA Roulette. Und ich glaube, ihr wisst schon alle, wie das geht. Und zwar spinnen wir halt einfach durch. Und zwar drehen wir heute ein FIFA Roulette für euch. Und ich glaube schon, dass die meisten wissen, wie das geht. Das ist ja mein eigenes Format. Wer es gerade noch nicht weiß, ich erkläre es mal ganz kurz. Und zwar spinnen wir hier erst bei der Nation, dann bei der Liga und dann beim Verein durch. Schauen wir das nicht hin. Der andere sagt für den anderen halt Stopp. Und dann die Vereine, die rauskommen. Bei den beiden spielen wir gegeneinander. Und am Schluss gibt es für den Verlierern natürlich noch eine kleine Bestrafung. Die wir jetzt gerade noch nicht wissen, aber ich glaube, der Lorenz ist ja im Hintergrund. Den seht ihr nicht. Weil wir sehen ja gerade bei der Lorenz. Der könnte ja für eine Bestrafung theoretisch ausdenken. Weil ich nach meiner Hausaufgaben mache. Nee. Ich weiß nicht. Weil er sitzt gerade hinten und macht seine Hausaufgaben. Ähm. Ja, aber egal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ganz chillig an. Ähm. Ja. Kurz mal. Ach du Schwanz. Okay. Ja, dann. Was willst du zuerst Stopp sagen, ob ich zuerst durchs bin? Ja. Warte, ich will. Du musst aber gleichzeitig die Augen zulassen. Ja, ich weiß schon. Und du musst dann auch schon anfangen. Also machen wir beide so am Stück. Dass einer nicht schauen darf. Ja, wir schauen. Wir machen... Also alles am Stück. Ja. Alles am Stück. Aber nicht gleich am Stück. Ähm. Okay, du fängst an. Also ich sag Stopp. Okay. Dann Augen zu. Und ich spinne. Stopp. Das mal runter. Spinne. Stopp. Eins hoch. Spinne. Stopp. chu... Dann schauen wir hin in 3,2,1... Ach du Scheiße. Er hat ein 4 und halb Stern im Team. Und ich ein ein Stern oder was war das? Ein halber Stern. Niko, Niko. Eigentlich hätte er Porto gehabt. Er hat die Zeit gestoppt. Echt? Ja. Ja, ja. Eigentlich hätte er Porto gehabt, aber er hat die Zeit gestoppt. Ja, scheiß drauf. Als wenn... Okay, warte, ich nehm... Ist grad nicht passiert, ich hab einen halben Stern. Okay, das wär jetzt echt ein Wunder, wenn wir Stingsen... Wir schauen einmal kurz ins Team, weil mit mir gehen sogar die Bewertungen bei den meisten Spielen nach oben. Das ist eigentlich ganz chillig. Hab ich hier irgendwie einen krassen Hauch davon? Juch! So, ich würd jetzt sagen, wir bauen jetzt erstmal hier unser Team zusammen und wir sehen uns jetzt gleich im Spiel wieder. Richtig! Geiler Schuss! Scheiße, er hat jetzt nicht rausgezogen. Ich hab den einen rausgesteckt und den anderen gleichzeitig rausgezogen. Das war auch so. Scheiße, ist zu dumm. Das war echt mein Habs. Ich wollte nur die Lampen rausstecken. Ich sag gerade, ich kann jemand echt nicht in die Lampen rausstecken. Wie heißt diese Schatten, wenn er dann mit los ist. Guten Tag. Ganz im Ernst? Ernst? Alter, Junge. Hey, dürfen wir jetzt das ganze Spiel nochmal anfangen? Ja. Nice. Ja, klar. Dann... Welches Team hattest du, weißt du das noch? Nö. Ich auch nicht. Doch, Liga, lass was, du. Echt? Ja, ach echt. Ja, lass einfach ganz neu anfangen. Nein. Stopp, jetzt reicht es. So Leute, wir sind jetzt nochmal im Teammanagement. Und zwar hab ich das wahrscheinlich paral geschnitten, aber nur von unserer Facecam, weil die Videodatei ja weg ist. Und zwar haben wir gerade einen kleinen Zwischenfall gehabt. Ja, Lobens? Scheiße. Die Lampe aussteckt und hat die komplette, äh, du hast nur die Playstation, gell? Ja, du hast die Playstation, er hat die Playstation ausgesteckt. Ähm. Und deswegen mussten wir jetzt nochmal die Teams suchen. Zum Glück hatte ich davor den Videoclip abgespeichert, sodass wir die Teamauswahl nicht nochmal neu drehen müssen. Dafür müssen wir jetzt die ersten 20 Minuten, oder was waren das, 10 bis 20 Minuten nochmal spielen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal rein, aber wir haben circa, also ich hab mir die gleiche Aufstellung nochmal gegönnt, die ich davor hatte, die gleiche. Und du hast nochmal umgestellt, gell? Ja. Also, ist ja egal, davor stand es noch 0-0, also ist noch nichts passiert. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal rein ins Spiel und, äh, sehen. Was ich hier so reißen kann. Oh, alter. Erste Chance. Rot. Junge, er kriegt rot. Nur Ball, also nur Ball, gell? Oh, war das Porno gespielt? Oh, war das Porno gespielt, alter. Junge, du hast mich hart gekauft. Du musst dir mal vorstellen, Junge, die haben alle, ohne Scheiß, 50 Pass, 50 Schuss. Ohne Scheiß. Spielen wir so geil zusammen. Alter. Scheiße. Alter, er bringt das... Nein! Nein. Alter. So, alter. Junge Retard ist so ein Tier. Scheiße, ich hab einen Ungegicht. 64er Rating. Oh! Mein Gott! Ach, ich hab's gesehen. Fuck. Äh, wär auch ein Wunder, wenn du's nicht gesehen hättest. Junge, ich hab schon... Alter! Laberkeit. Schau mal, ich hab da Spieler mit... Drei Schuss und die treffe mir aus dem Stand. Scheiße, Alter. Okay, das ist, das ist jetzt... Lass, ich mach jetzt auch nicht den Hohen zum Hufen, stelle mich irgendwie hinten rein oder so. Wir lassen nochmal weiter. Einfach auf Risiko. Leider könnte ich dir halt zutrauen. Einfach auf Risiko und da passiert's direkt. Ich bin halt nicht. Hey, 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 hey. Digga, du geile Holunder. Ich hätte locker noch einen Tor machen müssen. Scheiße, wollte ich nicht. Ich will einen Dübel machen. Fuck. Mann. Aber da, schau, da sieht man, da sieht man, dass dein halbe Stern ist. Da kannst du nicht... Ich krieg halt immer sperrte Gegentore, gell? Ich spiel das komplette Spiel. Nicht Scheiße. Und dann krieg ich natürlich... Du hast die Scheiße gespielt. Du kannst mir nicht erzählen, dass du Scheiße gespielt hast. Jetzt gehst du mal ein bisschen... Platz. Ja! Oh mein Gott, ich dachte, mach die nicht. Aber es liegt eigentlich nur daran, dass du einen Mann, äh... Zweimal weniger. Zweimal weniger. Zweimal. Und die sind halt beide in der Mitte bei mir. Ja! Elba, oder? Elba, Junge. Nein, nicht Elba! Doch, klar, Elba schließen. Scheiße! Wir haben gerade noch gesagt, wir schließen Elba, wenn wir die Kabel hier ausstecken. Warte, ich stecke das aus, die alles. Ja. Okay, bei mir... Achten... Wie viel Elba? Ich weiß nicht. Scheiße, wer ist das? Warte, das bist du... Ey, mit solchen Elba-Schützen ist das echt nicht leichter. Ich mach hier, ich probier jetzt so was... Alter, mach aus, mach aus! Scheiße, ich dachte, sie wäre schon mal aus. Ja, aber jetzt hast du sie ausgemacht. Ach, fuck. Und wenn da lenke ich soweit jetzt eigentlich wie möglich. Warte, wo sieht man das ist? Ja, jetzt ist sie aus. Ich weiß nicht, ob sie auskommt. Ich weiß nicht, ob sie auskommt. Ich weiß nicht, ob sie auskommt. Ist der Wahnsinn, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ne, Mann. Ich hab dich schon so Scheiße, Elba. Ja. Hab ich halt auch. Scheiße. Ich hab dich disrespektiert, Alter. Ich steig. Ja, aber jetzt ist der Ding einfach bestrafen. Lorenz! Mit meinem halben Stern ist ihm gewesen. Ja! Leute, ich würd sagen, wenn wir jetzt gleich eine bestrafen wissen, dann... So, Leute, weil uns jetzt keine Bestrauchung so eingefallen ist, machen wir jetzt einfach mal Ohrschneid. Weil ich würd sagen, ich darf dir drei Ohrschneidre geben. Aber harte, okay? Das heißt, harte, so harte... Ja, ja, mach, mach, komm. Man muss auf das Ohr ein bisschen die Kamera... Okay. Ja, okay, aber ich hab... Junge, die sind nicht harte. Ja, aber... I... Ja, egal. Ich hab's überlebt. Ich würd sagen, dann beenden wir das Video. Auf jeden Fall. Wie viel Daumen nach oben willst du aufs Video sehen? Ja, da... Da gehen schon... 15. 15 gehen? 15. 15 gehen immer. 15 müssten gehen, Jungs. 15 ist gut, find ich gut. Ähm... Wenn ihr die reinhauen würdet, würd's mich freuen. Dann können wir auch, ähm... Demnächstes Mal wieder ein Video zusammen aufnehmen. Schreibt mal rein, ob ihr noch Bock auf den habt. Aber ich glaub, keiner hat Bock auf ihn mehr. Auf gar keinen Fall. Ich würd sagen... Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Dannkl P боiererisch. Tschüss. Tschüss. Es ist ein Problem, das zu arabisch gekommen ist.